Alles startklar, erstes Rennen, stay safe and strong Rennen und das war der Start und geschlossen geht das Feld auf die Reise. Wir haben innen die Darboven-Rennfarbe Sierpolski, aber außen drückt jetzt Viron auf die Tube, auf das Tempo mit Alexander Piech, übernimmt die Spitze. Sierpolski in zweiter Position, Norte Rula ist gleich dabei, dann innen Fatalist, das sind die Schlenderhahner-Rennfarben, der den vierten Platz im Moment erobern kann. Ja, die anderen mühen sich dahinter heranzukommen, wir sehen auf jeden Fall noch im Hinterfeld Scharno, Amaranto, die folgen hinten im Feld. Ja, die Spitze, die hat hier Viron weiterhin und so geht es weiter durch die Gegenseite. Die Pferde sind ausgangs der Gegenseiterin, Norte Rula ist aber jetzt im Aufrücken dabei, übernimmt den zweiten Platz, ganz innen liegt dann auf kurzem Wege Sierpolski, der den dritten Rang im Moment übernimmt und so geht es hier weiter. Nierse Moon beim Debüt ist auf dem vierten Platz, vor Amaranto dann Fatalist und Scharno außen, der jetzt nach innen wechselt, ist der letzte. Viron führt eine Länge, aber sie lauern dahinter, Norte Rula und Sierpolski und auch Fatalist, dann kommt die Idlinger Farbe Amaranto etwas näher heran und da knapp davor Nierse Moon. So sind die Pferde im langen Bogen hier, die Gerade ist ja ganz lang, die ist ja 600 Meter lang in Dortmund, hier gibt es die geraden Linien, da sind Speedpferde sehr gut aufgehoben auf dieser Grasbahn, auf dieser langen Endgraden in Dortmund. Viron führt, knapper Vorteil, Viron hält die Spitze, dahinter aber Norte Rula, der erste Angreifer, innen Sierpolski. In der Mitte ist Nierse Moon mit dabei, Fatalist, dann Amaranto und weiter außen sieht man Scharno, immer noch Viron, aber Norte Rula, der rauscht jetzt vorbei, jetzt kommt ja auch Nierse Moon auf Touren, wird jetzt stärker. Nierse Moon kann jetzt aufrücken, Norte Rula an der Innenseite, Nierse Moon der Verfolger, dritter ist Sierpolski, dahinter kommt dann Amaranto und jetzt kommt die Attacke, Nierse Moon ist jetzt zur Stelle mit Borgian Musabaev, Norte Rula wehrt sich, dahinter ist Sierpolski gebucht, anscheinend fürs dritte Geld, aber Nierse Moon im Kampf, innen, mit Norte Rula, es wird nochmal eng, Sierpolski dritter, dann sieht man Fatalist weit zurück mit dem vierten Geld, also es wird Spannung pur geboten hier in Dortmund, erstes Rennen, wir warten mal ab, knappe Entscheidung. Rennen, wir warten mal ab, knappe Entscheidung, wir warten mal ab, knappe Entscheidung, Rennen, wir warten mal ab, knappe Entscheidung, wir warten mal ab, knappe Entscheidung,